Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute geht es darum, wie ihr einfache GIF-Animationen erstellen könnt. Und für die Jean und Haukel Show haben wir jetzt ein neues Intro. Da sind so verschiedene, ja letztendlich sind es ja Werbebereiche, wo Jean zwei verschiedene Werbebanner drin hat. Ich habe da auch zwei verschiedene drin und ich habe da jetzt das gemacht, was ihr in der Mitte seht mit der blinzelnden Eule. Abonniert meinen Kanal und dort mache ich tolle Videos, wie ihr wahrscheinlich jetzt gesehen habt, da ihr dieses Video seht. Und wie ich diese Animationen gemacht habe, darum geht es jetzt dieses Mal. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie es zu dieser Animation kommt, ein bisschen Grundlegendes dazu, was ist eigentlich dieses GIF-Format? Das ist eigentlich schon ein relativ alter Hut. Von 1987 wurde es vom US-Online-Dienst CompuServe für Farbbilder eingeführt. Vorher gab es bloß Schwarz-Weiß-Bilder. Also 87 ist schon lange her. Das GIF-Format unterstützt eine Farbpalette mit maximal 256 Farben, wobei man die frei wählen kann aus 24 Bit, also aus Rot, Grün und Blau. Diesen Grundfarben werden die Farben zusammengemischt und für jede Farbe hat man 8 Bit Unterscheidungen. Also 256 verschiedene unterschiedliche Rot, Grün und Blau Töne werden gemischt und da kommen wir dann eben mit 3x8 auf 24 Bit. Was ja GIF irgendwie so ein bisschen besonders macht, man kann jetzt auch für Teilbereiche von einem Bild eine eigene Farbtabelle definieren. Also so, dass man für vereinzelte Abschnitte eine eigene Farbtabelle hat. Diese Abschnitte haben zwar bloß 256 Farben, aber über so ein ganz großes Bild kann man jetzt ganz viele verschiedene Farbtabellen verwenden, sodass man insgesamt für die ganze Fläche doch deutlich mehr Farben hat. Da gibt es bei Wikipedia diesen Artikel und da gibt es relativ eindrucksvoll so ein Bild, wo sie sich das zunutze gemacht haben, um damit so einen tollen Farbverlauf mitzubauen. Guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. Das GIF-Format selbst hat keinen Alpha-Kanal, also man kann keine Teiltransparenzen damit machen, sondern man definiert eine Farbe von diesen 256 als Transparentfarbe, wenn man eine Transparenz haben möchte. Und dann ist an dieser Stelle halt das Ganze transparent, also da scheint alles durch, was im Untergrund darunter liegt. Man kann eben auch mehrere Bilder in einer gemeinsamen GIF-Datei speichern, sodass man daraus eine Animation baut. Und diese Animation kann man auch noch optimieren, sodass bloß die Teile gespeichert werden, die sich halt ändern. Also wie bei der Eule, da sind es halt die Augen, die zugehen und der Rest von dem ganzen Banner bleibt halt gleich und da werden bloß diese Unterschiede gespeichert. GIF selbst komprimiert, aber verlustfrei. Also das heißt, jedes Pixel wird auch abgespeichert, also da wird nicht so wie bei JPEG solche, ja solche Artefakte oder so, wo denn versucht wird, das Ursprungsbild so ein bisschen nachzuahmen, das ist dabei nicht. Also es wird wirklich pixelgenau gespeichert und es wird komprimiert mit LZW. Das ist ein relativ einfacher Kompressionsalgorithmus, sowas wie so eine ZIP-Datei, so ungefähr funktioniert das. Aufgrund von Patentproblemen, die den amerikanischen Raum betreffen, wo quasi jeder Dreck patentierbar ist und andere Länder, die leider auch auf diesen Software-Patentzug aufgesprungen sind, konnte man GIF dann irgendwann nicht mehr frei verwenden, weil die Rechteinhaber haben gesagt, nee gut, jetzt wollen wir auch Geld dafür sehen. Das ist natürlich ein Problem für freie Software oder eben auch für kostenlose Software, sowas. Und ja, Software-Patente sind ein grundlegendes Problem für die Software-Entwicklung, weil man baut ja immer auf Ideen von den Leuten, die vorher was gemacht haben, auf und ja, teilweise gibt es einfach keine andere Lösung. Guckt euch das an, wenn euch das ja interessiert, worum es bei den Software-Patenten geht. Wir sind zum Glück daran vorbeigeschrammt in der EU. Das gibt es nicht bei uns, aber in den USA ist es weiterhin ein großes Problem. Und damals hat es auch LZW getroffen. Dieser Algorithmus war dort geschützt, sodass man irgendwann eigentlich keine GIFs mehr verwenden konnte. Ja, großer Nachteil eigentlich, aber das hat auch den Vorteil, dass man eine Alternative gesucht hat. Man hat deswegen das freie PNG-Format entwickelt, was zum Beispiel besser komprimiert, was auch ein Alpha-Kanal hat, sodass ihr eben nicht bloß eine Transparenz an und aus habt, sondern eben auch Abstufungen dazwischen. Jetzt habe ich relativ viel dazu erzählt, was GIF so ausmacht und wenn das noch nicht genug ist, guckt euch einfach den Wikipedia-Artikel dazu an. Meine Animation besteht letztendlich bloß aus zwei verschiedenen Einzelbildern. Also meine Eule hat entweder die Augen offen oder die Augen sind zu. Es gibt keine Zwischenstufen, wo jetzt das Augenlid so halb hoch ist oder so. Das gibt es nicht, also es gibt bloß auf oder zu. Und das sind exakt diese beiden Bilder, die ihr hier seht. Wenn man daraus jetzt eine Animation erstellen möchte, dann kann man grafische Tools dafür verwenden oder so wie ich. Ich habe hier jetzt das Convert. Das ist ein Kommandozeilenprogramm aus dem ImageMagic genommen und bastle mir damit ganz normal meine Animationen zusammen. Ich setze über den Parameter Delay erst mal so eine Pause zwischen den einzelnen Bildern. Also das sind 100 Millisekunden. Also vor 100 Millisekunden wird jeweils ein Bild eingeblendet. Und am Ende haben wir den Parameter Loop 0. Also diese Animation, die läuft ohne Ende. Also ist sie einmal durchgelaufen, beginnt es wieder von vorne. Da ich möchte, dass meine Eule die Augen relativ lange offen lässt, habe ich hier dieses Bild mit dem Offen. Nicht nur einmal, sondern das habe ich auch da einmal. Dann habe ich es da, da, da und da. Und das Augen-zu-Bild, das kommt bloß einmal vor. Von daher hält meine Eule die Augen halt viel länger offen als zu. Und beim Anfang der Animation möchte ich das so haben, dass hier zweimal die Augen offen sind. Also zweimal 100 Millisekunden bleiben die Augen offen. Dann blinzen sie einmal vor 100 Millisekunden und dann eins, zwei, drei, viermal bleiben die Augen noch offen. Dann sind wir mit dieser einen Runde Animation durch. Dann kommen noch zweimal offen nach dem ersten Durchlauf. Dann einmal wieder zu und so weiter und so fort. Das Ganze wird in dieser Datei gespeichert als GIF. Image Magic bzw. Convert erkennt, was für ein Zieldateityp ist das. Und macht deswegen eine Animation daraus. Ja, wenn man das jetzt so macht, hat man ungefähr 2,5 MB in dieser GIF-Datei gespeichert. Da ist jetzt keine Optimierung drin. Also da werden wirklich diese Vollbilder einmal abgespeichert. Da ich aber keine großartig komprimierbaren Bereiche hier drin habe. Also das ist für den Algorithmus eigentlich zu unruhig, dass sich das gut komprimieren lässt. Von daher ist es denn relativ groß mit diesen 2.500 KB. Wenn ich jetzt die Animation ein bisschen optimieren möchte, gibt es dafür eine Möglichkeit. Ich setze zusätzlich Parameter, einmal den hier. Der stellt sicher, dass alle Einzelbilder immer dieselbe Größe haben und dass sie komplett sind und nicht verschoben sind. Das Problem habe ich bei mir eigentlich nicht, weil diese Bilder keine Transparenz enthalten und auch nicht verschoben sind. Also es gibt wohl irgendeine Möglichkeit in GIF, dass man sagen kann, das nächste Bild, was ich einblende, das kommt dann irgendwo weiter unten hin. Und irgendwie so, das darf halt nicht sein. Und über diesen Parameter hier wird das so gemacht, dass die Bilder erstmal quasi in Vollbilder umgerechnet werden, sodass sich das hinterher komprimieren lässt. Also so habe ich es verstanden. Guckt aber sicherheitshalber nochmal nach. Ihr wisst ja, nicht der weiß seit letzter Schluss, aber diesen Parameter hier habe ich gebraucht. Und der zweite hier, das ist eigentlich der entscheidende, der sorgt dafür, dass wirklich bloß die Unterschiede zwischen den einzelnen Einzelbildern abgespeichert werden. Also wie hier nochmal zurück. Ich habe einmal Augen offen, Augen zu und da wird nur dieser Bildbereich, der sich wirklich ändert, gespeichert und nicht dieses Ganze, was von Bild zu Bild eigentlich unveränderlich ist. Und dadurch wird das Ganze so klein. Hinterher haben wir da bloß 384 KB. Und ich habe das mal grob gerechnet, das sind jetzt bloß noch 15% der ursprünglichen Größe. Ja, so einfach kann es letztendlich gehen. Wenn ihr auch mal solche Animationen machen möchtet, die wirklich bloß aus einer Handvoll Einzelbildern oder bloß Zweien bestehen, dann könnt ihr es so relativ einfach machen, beziehungsweise optimiert natürlich lieber so. Und ansonsten gibt es bestimmt tolle Animationsprogramme. Für GIMS soll es eine Erweiterung geben, die ich nicht ausprobiert habe. Und ja, soviel zum Thema GIF und Animationen. Genau, das war es dann auch wirklich für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, Glocke drücken und ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.